ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist das, was du da? Yes! You are holding it, oh, let's go! Creator, let's You are holding it, oh, let's go! Ah, ah, let's go! Yes, I am holding it, Daniel! Go take it, let's go! What I know! Let's go! Keep going, Daniel Altanova! Let's go, Daniel Altanova! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, here! Yeah! Is that right? Yeah! Woo! Okay! 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 Riesen Applaus, Leute! Geiles Battle! Sehr, sehr, sehr! Geiles Battle! Geiles Battle! Hey! Ich muss zugeben, Dennis! Ich muss ein bisschen hin- und herlaufen. Ich würde mir das jetzt... Das Band hätte ich mich so gerne komplett an und gucken! Vor allem Fokus! Hast du's nicht gesehen? Aber... Ich hab das, was ich gesehen habe! War schon krass! Geiles Battle! Geiles Battle! So! Okay, dann! Lassen wir wieder die Leute reden, von denen sie stimmen! Machen wir so! Au! Drei! 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 Drei!